jetzt hat funktioniert da bin ich sehr froh das heißt ich kann das halt einfach jetzt alles anbauen wie sie gehen ich habe keinen nachteil davon würde ich sagen dass ich hier vorne einfach feld drin baue ich muss mich dann langsam mal beeilen dass ich auf dem rückweg kommen jetzt muss ich kurz überlegen kann ich kunststoff erstmal weg räumen jetzt noch nicht so dringend noch sind wir nicht in der munitionsfabrik weil ich habe nämlich ein buch gefunden kunst des bergbaus weiß nicht wer von euch das lernen möchte dann keine ahnung bin ich der einzige das gesammelt hat das aktuelle werde ich es wahrscheinlich nicht großartig brauchen okay ich muss gerade überlegen ich kriege drei zurück ich brauche fünf fünf drei sechs neun zwölf 15 oder ich mache mich mal ich glaube erst mal von anfang oder fünf mal fünf mal fünf fünf zehn fünf dann habe ich nicht spitzhacke der stufe drei 16 16 16 l ich dann so feld mache ich sich vier mal vier so probleme mein peter ich finde ich hier leider nicht ich jetzt noch eins oder mal wie viel sind das 1 2 3 1 2 3 auch jetzt passt ich weiß was ist ein big bands große irgendwas keine ahnung sein ist das das teil gut oder bilder die stunden war die kneipe ein gut sein ich habe es mich ich will wissen wie groß das ding ist da ist gerade gar nichts wie das wenn wiki ja nicht das ausspricht interessantes dingen aber nicht das was wir haben einfache form so was Das ist doch wieder da. Ja du wirst ein bisschen leid um sterben. Ja du wirst ein bisschen leid um sterben. Könnte man das nicht nehmen. Nur noch die Frage, die Zugrücker war die 3 breit oder 5 breit? Ich glaube immer 3. Gute Frage jetzt. Ich darf wachsen. Ja, wachsen. Eines rum. Gute Frage. 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 Vielen Dank. Wir haben nicht genug Pilze. Wir haben nicht genug Pilze. Ich habe keine Probleme. Ich habe nicht viele Leute. Ich bin der Schlange. Ich bin der Schlange. Ich bin der Schlange. da muss der gemüseeintopf noch eine weile warten da 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 Das war's für heute. Das war's, nur mehr kann ich nicht machen. Das war's für heute. 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 Das sind jetzt die hässliche Scheißplatte, die ich bald drauf verwendet hab. Meine Fresse. Es gibt so viele Sachen. Das war's für heute. Das war's für heute. das war's für heute. Über den 7m. dann Warte, ich kann doch mal Kisten nicht umbenennen. Nein, aber siehste, das wollte ich doch eigentlich quaffen. Es gibt die beschreibbare Aufbewahrungskiste. Siehste, die wollte ich doch eigentlich quaffen, ach verdammt. Jetzt ist eh zu spät. Jetzt haben wir 80 Milliarden andere Dinge. Naja, unser Lager steht noch nicht. Ja, später kann man den normalen Raum. Aber die Frage ist, wie groß die ist dann? Das ist halt eine große Kiste. Also eine normale Kiste oder groß, groß? Eine richtige viereckige Kiste, also wie ein Block. Inhalt, Lagerkapazität. Ich meine Inhalt mäßig Lager, ja. Das muss genauso groß sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Dürfte die genauso groß sein. Wenn ich sogar etwas größer, ich weiß es gerade gar nicht. Oh Gott. Ach gut. Das ist halt wichtig zu wissen. Du wirst ja gleich rausfinden, ich bin gerade am Nägel machen. Das sind doch Nägel. Wir haben doch über 100 Nägel. Lass ihn doch, wenn er halt schön den Fingernägel haben will, dann lass ich doch mal die Nägel machen. Da sind Nägel. Naja. Ich frage mich, wie sehr ich hier irgendwas sehe, was mich angeblich analysiert. Die Frage ist halt, wo? Weil da nichts ist, ne? Ich stelle einfach mal eine zum Test hier hin. Ich habe Nägel gefunden. Kiste für... ...Sachen. Oh, Kiste für Sachen. Oh, das klingt interessant. Oh, die ist sogar... ...wie erwartet größer. Perfekt. Ich baue mal noch ein paar. Oh ja, die ist aber ordentlich größer. Wir setzen einfach die ganzen Ton durch die. Die ist so hoch. Die ist doppelt so groß wie die anderen Küsten. Oh, nice. Korrekt. Oh, scheiße. Das ist 22 Negron, ich renne nach Hause rum, Idiot. Oh, das ist nicht gut. Ah, wieso? Einmal doch mal so schön. Okay. Kacka, aber dafür muss ich jetzt die ganze Zeit geschlagen haben. Weißt du? Äh. Hahaha. Das ist, ähm, potenziell jetzt... Was musst du auch brauchen? Ja, man muss jetzt die ganzen Kisten und so alles leerräumen machen. Achso, ja. Und umsortieren. Und hast du nicht gesehen? Was ist, du? Ich schmeiß einfach alles für Kiste für Sachen. Erstmal alles von hier nach da. Dafür tue ich mal eben alles, was ich habe da rein. Das haben wir nur noch 81 später. Ach nee. Haben noch mehr. So, hier ist nicht viel drin, das nehme ich alles raus. Tue ich mal eben alles da rein. Das sind wir jetzt genau da hin gerannt, wo ich Lernen gemacht habe. Hast du noch Holz oder so? Ich habe mich aber nicht mitbekommen. Äh. Also Holz bringe ich auf jeden Fall mit. Mehr ist genug. Stein? Schwierig. Okay, aber Phoenix, komm mal mit runter bitte. Wir werden hier angegriffen. Okay. Ich habe keinen Bock hier alleine im Nahkampf zu gehen, weil ich habe keine Pfeile mehr. Seit noch 150 Meter entfernt. Auf ihn! Auf! Okay. Du kannst dich unterwegs auch hoch in der Salute. Bist du denn? Och nee, du bist das du. Ich mache unsere Scheune. Okay, kann ich jetzt weitermachen? Danke. Hoffe ich! Ich kenne dich. Ich kenne dich. Nee. Eee.